So, herzlich willkommen zurück in der wunderschönen Winter-Weihnachts-Welt, wie auch immer man das nennen will. Auf den fliegenden Dächern sage ich einfach mal. Und wir sind immer noch dabei, fleißig Geschenke einzusammeln. Und da hinten ist keins, okay. Wie wir ja gelernt haben, kann es häufig mal vorkommen, dass auch hinter uns Geschenke zu finden sind. So, das sind wieder unsere Orks, Trolle, auch wieder dabei. Da kann es ja weitergehen. So, zack, zack, zack. Gehen wir gleich den nächsten mit. Da ist noch eins. Ach, scheiße. Verdammt. Na ja, gut. Wir haben ja genug Leben. Ist jetzt nicht ganz so wild. Wir sind natürlich trotzdem blöd. Das war anders geplant. So. Jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen. Der geht an Patrouille. Der geht da oben Patrouille. Oh, das sind noch viele Geschenke hier. Gleich nur ein Stück. So, wenn es da runter geht, vielleicht dann mal umgucken. Wie noch was war? Ne. War nichts mehr. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Und man merkt so ganz langsam wird es ein bisschen schwieriger, weil die Wege enger werden und immer mehr von diesen komischen Ork-Troll-Viechern, was auch immer das sein soll, da langlaufen. Von unseren Freunden in ihren grünen Anzügen, hätte ich fast gesagt. Das ist noch eine. Verdammt, da komme ich nicht ran. So, jetzt. Und das nächste. Wow. So, die hätten wir. Wow, da ist Feuer. Das ist quasi gleich die nächste eingebaute Hürde. Nach diesem Orks und nach dem Glatteis gibt es jetzt auch Feuer. Ich weiß nicht, soll das Kaminet darstellen. Das ist ein bisschen abgehoben. So, da geht der Pfeil weiter, deswegen gehen wir hier lang. Und da thront auch schon ein schönes Leben oben in der Mitte. Das holen wir uns doch. Gleich. So, immer brav hinter dem Chef her. Der geht auch echt wie so ein Boss. Wie so einer, der direkt aus dem Fitnessstudio kommt. Die gehen immer genauso. So. Die beiden noch. Die sehen alle aus, als wenn sie gerade Pumpen gewesen sind. Vielleicht mal fragen, ob sie aus dem Weg fit kommen. Aber vielleicht ein anderer Mal. Nicht jetzt. Jetzt wollen wir erstmal weiter. Hier auf diesen Keksen. Und lang hüpfen. Oh. Das ist eine Glatteisfläche. Aber wir haben auch gleich alle Geschenke eingesammelt. Weit kann das Level nicht mehr sein. Schon 84 von 99 und mehr. So, das noch. Boah, das ist gar nicht so einfach. Boah. Lieber nochmal zurück. So. Und du gehst jetzt damals vorbei. Und jetzt können wir uns die Speicherflagge umsetzen. Zack. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann gibt es einen Doppelsprung. Hm. Jetzt müssen wir von Plattform zu Plattform. Ich glaube, so schwer ist das nicht. Ja gut, das ist ja machbar. Wir haben ja genug Zeit. Wir können ja ein bisschen warten. So, und da ist das Feuer da oben. Ich glaube, das Hauptproblem wird gleich sein, dass ich nicht sehe, wenn der Ork entlang kommt. Aber da ist keiner. Aber hinter uns kommt jetzt einer. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt sind wir gleich in der Sackgasse. Shit. Shit, 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 shit. Ach, okay. Lief besser als erwartet. Boah, da ist doch noch einer. So. Jetzt haben wir es. Fiese Ecke auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft. Wir haben alle Geschenke eingesammelt. Und damit wärst es auch schon wieder beendet für dieses Mal. Ich bin noch kurz abgezählt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Es geht jetzt mit großen Schritten nach Weihnachten zu. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Musik Musik disruptiv Rod Musik 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 Schuss